Hallo. Willkommen. Hallo. Willkommen. Ich bin Emma. Ich bin Emma. Ich komme aus München, aber ich bin vor einem Jahr hierher gezogen und lebe jetzt in Bern, in der Schweiz. Ich komme aus München, aber ich bin vor einem Jahr hierher gezogen und lebe jetzt in Bern, in der Schweiz. Ich lebe nicht allein, denn ich habe einen Hund und eine Katze. Ich lebe nicht allein, denn ich habe einen Hund und eine Katze. Ich möchte dir gern mein Haus zeigen. Ich möchte dir gern mein Haus zeigen. Heute lernen wir Wörter zum Thema Haus. Heute lernen wir Wörter zum Thema Haus. Los geht's. Willkommen. Das ist mein Wohnzimmer. Das ist das Sofa. Das Sofa ist bequem und mir gefällt die Farbe. Das Sofa ist bequem und mir gefällt die Farbe. Ich sitze oft auf dem Sofa und sehe fern. Ich sitze oft auf dem Sofa und sehe fern. Das ist der Fernseher. Das ist der Fernseher. Er ist groß und modern. Er ist groß und modern. Ich kann meine Lieblingsfernsehsendungen oder Lieblingsfilme sehen. Ich kann meine Lieblingsfernsehsendungen oder Lieblingsfilme sehen. Der Fernseher. Das ist der Sessel. Das ist der Sessel. Hier sitze ich und lese mein Lieblingsbuch. Hier sitze ich und lese mein Lieblingsbuch. Dieser Sessel ist alt, aber er gefällt mir sehr gut. Dieser kleine Kaffeetisch wurde mir von meiner Mutter geschenkt. Dieser kleine Kaffeetisch wurde mir von meiner Mutter geschenkt. Mir gefällt die Farbe. Mir gefällt die Farbe. Wenn ich morgens Kaffee trinke, erinnere ich mich an meine Mutter. Der Kaffeetisch. Auf dem Tisch stehen zwei Porzellanstücke und eine Vase. Das Porzellan und die Vase habe ich zur Dekoration dieses Tisches gekauft. Das Porzellan und die Vase habe ich zur Dekoration dieses Tisches gekauft. Das Porzellan. Die Vase. Den Teppich unter dem Tisch habe ich aus Afrika mitgebracht. Den Teppich unter dem Tisch habe ich aus Afrika mitgebracht. Ich war für sechs Monate in Afrika in einem Austauschsemester. Ich bin nämlich Tierärztin. Ich bin nämlich Tierärztin. Der Teppich. Ich habe zwei Haustiere. Einen Hund und eine Katze. Der Hund heißt Rudolf und die Katze heißt Clementina. Sie schlafen hier. Das ist ihr Bett. Hier essen und trinken sie Wasser. Das ist der Kamin. Das ist der Kamin. Ich zünde den Kamin an, wenn es sehr kalt ist. Ich trinke gern heiße Schokolade mit Marshmallows. Der Kamin. Das ist mein Esszimmer. Dieser Tisch ist groß und aus Holz. Wir essen hier, wenn Freunde zu Besuch kommen. Normalerweise benutze ich ihn nicht, wenn ich allein zu Hause bin. Der Tisch. Ich habe diese Stühle vor kurzem gekauft. Ich habe sie in einem Secondhandladen gekauft. Der Stuhl. Auf dem Flohmarkt habe ich diese schöne Lampe gekauft. Auf dem Flohmarkt habe ich diese schöne Lampe gekauft. Obwohl sie sehr wertvoll ist, konnte ich sie günstig kaufen. Kürzlich ging eine Glühbirne aus. Kürzlich ging eine Glühbirne aus. Die Lampe. Dieses Gemälde war ein Geschenk eines Freundes. Dieses Gemälde war ein Geschenk eines Freundes. Ich mag abstrakte Gemälde. Ich mag es, wenn das Bild viele Farben hat. Das Gemälde. Das Gemälde. Jetzt zeige ich euch meine Küche. Jetzt zeige ich euch meine Küche. Das ist meine Küche. Ich mag sie, weil sie groß und hell ist. Am besten gefällt mir, dass es viel Platz zum Kochen mit Freunden gibt. Die Küche. Das ist der Geschirrspüler. Ich muss den Geschirrspüler reparieren, weil er undicht ist. Dieses Haus ist nicht neu und manchmal geht etwas kaputt. Dieses Haus ist nicht neu und manchmal geht etwas kaputt. Der Geschirrspüler. Das ist der Herd. Mein Herd ist mein bester Freund, denn dort bereite ich die köstlichsten Gerichte zu. Mein Herd ist mein bester Freund, denn dort bereite ich die köstlichsten Gerichte zu. Meine Familie und Freunde besuchen mich oft, weil sie mein Essen lieben. Meine Familie und Freunde besuchen mich oft, weil sie mein Essen lieben. Der Herd. Das ist der Ofen. Das ist der Ofen. Ich backe die Kuchen im Ofen. Ich backe die Kuchen im Ofen. Der Ofen. Die Wanduhr, die du dort hängen siehst, ist eine Reliquie. Diese Wanduhr hat mir mein Großvater geschenkt. Diese Wanduhr hat mir mein Großvater geschenkt. Er sagte, Er sagte, Emma, Emma, lern die Zeit zu schätzen. Sie ist etwas, das verschwindet und nicht wiederkommt. Die Wanduhr. Das, meine Freunde, ist die Mikrowelle. Das, meine Freunde, ist die Mikrowelle. Ich benutze sie nicht oft, aber manchmal wärme ich mein Abendessen darin auf. Ich benutze sie nicht oft, aber manchmal wärme ich mein Abendessen darin auf. Die Mikrowelle. Hier sind die Küchenschränke. In ihnen bewahre ich die Gläser, die Teller und das Besteck auf. In ihnen bewahre ich die Gläser, die Teller und das Besteck auf. Ich verwende viele große Teller. Dieses Messer ist stumpf. Ich muss es schärfen. Dieses Messer ist stumpf. Ich muss es schärfen. Ich esse lieber mit der Gabel als mit dem Löffel. Ich benutze den Löffel für die Suppe. Die Gläser, die ich habe, sind aus Glas. Die Küchenschränke. Das Glas. Die Teller. Das Besteck. Das Messer. Die Gabel. Der Löffel. Der Mixer. Die Töpfe. Die Bratpfanne. In der Bratpfanne koche ich das Fleisch. In der Bratpfanne koche ich das Fleisch. Nachmittags trinke ich gerne eine Tasse Kaffee. Nachmittags trinke ich gerne eine Tasse Kaffee. Die Kaffeetasse. Und schließlich der Toaster. Und schließlich der Toaster. Mein Toaster ist klein, aber ich benutze ihn jeden Tag beim Frühstück. Mein Toaster ist klein, aber ich benutze ihn jeden Tag beim Frühstück. Der Toaster. Das ist der Raum, in dem ich den Mülleimer aufbewahre. Das ist der Raum, in dem ich den Mülleimer aufbewahre. Ich bringe den Müll dreimal pro Woche raus. Ich bringe den Müll dreimal pro Woche raus. Der Mülleimer. Auch hier ist die Waschmaschine. Auch hier ist die Waschmaschine. Jetzt erinnere ich mich, dass ich für morgen Wäsche waschen muss. Jetzt erinnere ich mich, dass ich für morgen Wäsche waschen muss. Die Waschmaschine. Hier bewahre ich auch die Utensilien für die Reinigung des Hauses auf. Nun, wir fahren jetzt mit dem Bad fort. Das ist die Toilette. Das ist die Toilette. Hier ist das Waschbecken oder Lavabo. Das Waschbecken wurde vor kurzem umgestaltet. Das Waschbecken. Das Lavabo. Über dem Waschbecken habe ich einen Spiegel. Über dem Waschbecken habe ich einen Spiegel. Der Spiegel. Das ist die Toilette. Das ist die Toilette. Eine saubere Toilette ist für die Gesundheit sehr wichtig. Eine saubere Toilette ist für die Gesundheit sehr wichtig. Die Toilette. Das ist meine Dusche. Diese Dusche gefällt mir, weil sie groß ist. Diese Dusche gefällt mir, weil sie groß ist. Die Dusche. Mein Favorit hier drin ist meine Badewanne. Mein Favorit hier drin ist meine Badewanne. Ich liebe es zur Entspannung, ein Schaumbad in der Badewanne zu nehmen. Ich liebe es zur Entspannung, ein Schaumbad in der Badewanne zu nehmen. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dusche ich mich im Winter, warm und im Sommer kalt. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dusche ich mich im Winter, warm und im Sommer, kalt. Es gefällt mir hier. Es gefällt mir hier. Komm. Komm. Ich zeige dir mein Zimmer. Ich zeige dir mein Zimmer. Hier ist mein Bett. Hier ist mein Bett. Das Bett ist so bequem, dass ich jeden Morgen mit Mühe aufstehen muss. Das Bett. Meine Kissen sind für mich unverzichtbar. Sie sind federleicht. Sie helfen mir, nachts ruhig schlafen zu können. Sie helfen mir, nachts ruhig schlafen zu können. Das Kissen. Die Decken waren ein Geschenk von meinem besten Freund. Sie sind besonders, weil er sie mir beim Einzug geschenkt hat. Sie sind besonders, weil er sie mir beim Einzug geschenkt hat. Die Decken. Die Decken. Das ist mein Nachttisch. Das ist mein Nachttisch. Hier bewahre ich meine persönlichsten Dinge auf. Hier bewahre ich meine persönlichsten Dinge auf. Der Nachttisch. Mein Kleiderschrank ist ein Traum. Mein Kleiderschrank ist ein Traum. Ich benutze meinen Kleiderschrank, um meine Kleider und Schuhe aufzubewahren. Ich glaube, ich verbringe viel Zeit damit, zu überlegen, was ich in meinen Schrank legen kann. Ich glaube, ich verbringe viel Zeit damit, zu überlegen, was ich in meinen Schrank legen kann. Der Schrank. Die Vorhänge, die du hier siehst, waren schon da, als ich in dieses Haus einzog. Die Vorhänge, die du hier siehst, waren schon da, als ich in dieses Haus einzog. Ich mag die Vorhänge nicht besonders. Also wird mir meine Tante neue Vorhänge machen. Ich mag die Vorhänge nicht besonders. Also wird mir meine Tante neue Vorhänge machen. Die Vorhänge. Mein Fenster ist groß. Mein Fenster ist groß. Dieses Fenster bietet einen Blick auf die Stadt. Dieses Fenster bietet einen Blick auf die Stadt. Das Fenster. Das Fenster. Das ist das Gästezimmer. Hier schlafen meine Freunde oder Familie, wenn sie zu Besuch kommen. Hier schlafen meine Freunde oder Familie, wenn sie zu Besuch kommen. Dieser Raum ist meinem sehr ähnlich. Dieser Raum ist meinem sehr ähnlich. Das Gästezimmer. Das Gästezimmer. Nun, jetzt möchte ich dir Vokabeln ausserhalb des Hauses beibringen. Nun, jetzt möchte ich dir Vokabeln ausserhalb des Hauses beibringen. Lass uns rausgehen. Okay, wir sind draußen. Lass uns anfangen. Okay, wir sind draußen. Lass uns anfangen. Das ist mein Garten. Das ist mein Garten. Das ist mein Garten. Im Garten gibt es Rosen. Ich genieße sie jeden zweiten Tag. Im Garten gibt es Rosen. Ich genieße sie jeden zweiten Tag. Der Garten. Ich habe auch ein Schwimmbad, das ich im Sommer sehr genieße. Ich habe auch ein Schwimmbad, das ich im Sommer sehr genieße. Das Schwimmbad. Das ist mein Grill. Das ist mein Grill. Wir benutzen ihn im Sommer die ganze Zeit. Wir benutzen ihn im Sommer die ganze Zeit. Der Grill. Hier ist die Garage. Hier ist die Garage. In der Garage stehen zwei Autos. Aber mir gehört nur eins. Ich habe auch ein schönes Velo. Ich habe auch ein schönes Velo. Die Garage. Von dort oben kann man das Dach sehen. Von dort oben kann man das Dach sehen. Das Dach des Hauses ist ein bisschen alt. Ich muss es renovieren. Das Dach. Das Dach. Im Allgemeinen mag ich mein Haus sehr. Im Allgemeinen mag ich mein Haus sehr. Es ist mein Traumhaus. Nun, ich hoffe, dass dir diese Führung durch mein Haus gefallen hat und du einige neue Vokabeln gelernt hast. Nun, ich hoffe, dass dir diese Führung durch mein Haus gefallen hat und du einige neue Vokabeln gelernt hast. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später.